Was ist die FDA? In diesem Video befassen wir uns mit dem Begriff FDA. FDA bedeutet US Food and Drug Administration. Sie ist die amerikanische Lebensmittel- sowie Arzneimittelbehörde und ist dem amerikanischen Gesundheitsministerium unterstellt. Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit in den USA kontrolliert sie die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln der Human- und Tiermedizin, biologische Produkte, Medizinprodukte, Lebensmittel und vieles mehr. E-Zigaretten und Liquids und alle sämtlichen Zubehörprodukte fallen in Amerika ebenfalls in das Aufgabengebiet der FDA. Daher hat sie enorme Entscheidungsgewalt um das Dampfen in den USA zu beeinflussen. Als Regierungsbehörde in den Vereinigten Staaten ist die Arbeit der FDA aber stark Politik und Lobby geprägt. Wenn wir das jetzt auf Europa ummünzen, wäre das in Österreich die AGES, also die österreichische Agentur für Ernährungssicherheit, die auch dem Gesundheitsministerium unterstellt ist. Und in Deutschland ist es die BFL, also Bundesanstalt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, welches auch dem Gesundheitsministerium unterstellt ist. Also die FDA ist eigentlich sozusagen das Kontrollorgan, wenn es um E-Zigaretten, Liquids und dessen Zubehör geht, so wie bei uns in Österreich und in Deutschland. Die kontrollieren die Zulassungen, überprüfen eventuell die Produkte, schauen auf die Inhaltsstoffe und geben einen strikten Plan vor, beziehungsweise sind auch dafür verantwortlich Gesetze zu formulieren, um diese dann für E-Zigaretten und Vergleichsprodukte auf den Weg zu bringen. Also zusammengefasst, die FDA ist die Food and Drug Administration, also die Lebensmittel- und die Arzneimittelbehörde in Amerika, die für die Gesundheit und die Sicherheit im öffentlichen Bereich zuständig ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, bisschen geholfen, über die ganzen Fachbegriffe und bis zum nächsten Mal.